Okay, hi, wir sind Circus Rhapsody, hier aus der schönsten Stadt der Welt, Berlin. Wir machen Horror-Punk und müssen sagen, ey, das ist so ein geiler Tag heute gewesen. Hammer coole Leute, geiles Essen vor allem. Und wir hoffen, dass wir das wieder erleben dürfen. Also, wenn ihr Berlin am Rock im Ring haben wollt, ja, dann schreibt ihr für das Circus Rhapsody. Okay, wir wollen noch ein bisschen tanzen, das sage ich nur, wenn ich den Charre-Man. Es ist Kahn-Evil-Ton! Es ist Kahn-Evil-Ton, spürt für Dine. Rästsens Flames und St. Amerikow-Round. Und Poison-Replätsen, burnen die Hohel-Round. Es gibt keine Arktis, sondern zombies überall. Und wir haben keine Happiness, die wir uns für die Wunderschön kämpfen. Wir haben die Wunderschön kämpft für das Reste. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! RUN! 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 Musik 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 Danke schön